Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier eine Tabelle erstellt für das Büro, wo man sehen kann, welche Förderer, welche Flotte und welche täglichen Praxistests man zu erledigen hat bei den verschiedenen Forschungen bzw. Projekten. Hier können wir zum Beispiel jetzt hier im ersten Feld bei Alaska gucken. Bei dem ersten Segment Superschwerer Kreuzer benötigt man als Flotte zwei von diesen vier Schiffen. Ich habe auch die Premium Schiffe immer so in Gold markiert, die Premium Farbe, dass man direkt sieht, welche Premium Schiffe man für die Segmente quasi benötigt. Und man benötigt bei der Flotte ja immer zwei von vier Sachen. Das heißt, wenn ihr hier die Premium Schiffe nicht habt, dann ist das gar kein Problem. Ihr könnt nämlich dann einfach zwei von den normalen Schiffen nehmen, zum Beispiel hier die Glemsen und die Phoenix als Beispiel. Und ihr braucht die Yubari und Furutaka gar nicht. Bei der Flotte benötigt ihr nämlich nur zwei von insgesamt vier Schiffen, die ihr zur Auswahl habt. Das kann man natürlich dann auch immer ganz gut planen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel beim großen Kurfürst als Beispiel nehmen, dort haben wir jetzt Duguay, Trorin und Kaiser. Diese zwei Schiffe werden auch für die tägliche Praxistest benötigt. Und die Karlsruhe und Gelland würdet ihr dann quasi gar nicht unbedingt für dieses Segment benötigen. Und mit dieser Tabelle könnt ihr einfach ein bisschen besser planen, welche Schiffe ihr für die legendären Schiffe benötigt, beziehungsweise allgemein für das Büro. Wenn in Zukunft weitere Projekte dazukommen, werde ich diese Tabelle auch erweitern, wo wir das Ganze dann nachtragen, dass man hier wirklich in einer Übersicht hat, welche Schiffe man für welche Segmente in den ganzen Projekten benötigt. Was natürlich eine coole Sache ist. Natürlich nicht nur die Schiffe, auch die Förderer. Allerdings sind die Förderer aktuell noch nicht im Spiel. Deswegen sind jetzt hier auch die Felder rot markiert. Alle rot markierten Felder sind quasi aktuell noch unbekannt. Es kann natürlich sein, wenn ihr jetzt zu einem späteren Zeitpunkt diese Tabelle öffnet, dass jetzt diese roten Felder bei mir mittlerweile alle ausgefüllt sind. Also schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Dort habe ich nämlich den Link für dieses Dokument reingestellt. Dort könnt ihr das selber auf eurem PC oder Handy oder wie auch immer öffnen und könnt euch das Ganze aktualisiert angucken. Aktuell sind auf jeden Fall hier die roten Felder, wie schon gesagt, unbekannt. Ich habe jetzt hier schon für die Alaska und Großer Kurfürst für Segment 5 diese Schiffe parat. Allerdings fehlt es aktuell noch für die Yamato. Wenn ihr zum Beispiel für die Yamato für das fünfte Segment die benötigten Schiffe schon wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder optimalerweise schaut auf jeden Fall bei mir auf dem Discord vorbei. Schreibt mir dort eine Nachricht. Wir werden hier einfach versuchen, diese Tabelle gemeinsam mit allen bekannten Daten auszufüllen, um hier einfach eine schöne Übersicht zu haben für kommende Forschungen oder Projekte, die ihr machen wollt. Dass ihr direkt sehen könnt, okay, im nächsten Segment brauche ich die Icarus oder die König. Ich bin jetzt jetzt vielleicht erst ein Schiff davor. Dann muss ich da vielleicht nochmal ein bisschen mehr grinden, damit ihr direkt zum nächsten Segment die benötigten Schiffe bereit habt. Und das Ganze geht natürlich hier bis zum zwölften Segment runter. Wie gesagt, das wird dann immer von Woche zu Woche oder immer, wenn neue Daten reinkommen, werde ich das hier auf jeden Fall aktualisieren. Da haben wir dann hier auf jeden Fall eine richtig, richtig schöne Übersicht und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einfach aktiv mitmacht, wenn ihr dort irgendwelche neuen Daten habt. Speziell wenn die Förderer denn, die sind ja aktuell noch gar nicht im Spiel, die kommen ja mit dem nächsten Update. Diese wollen wir natürlich auch für die unteren Stufen nachtragen, wo ich selber ja gar nicht mehr die Möglichkeiten habe, diese nachzugucken, weil ich da ja schon ein bisschen höher bin. Also wenn ihr auf jeden Fall seht, nachdem ihr den Link geöffnet habt, guckt auf jeden Fall in die Videobeschreibung, klickt drauf. Wenn ihr dort noch ein rotes Feld seht, wo ihr wisst, okay, da braucht man das und das, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder optimalerweise schreibt mir einfach eine Discord-Nachricht. Das wäre auf jeden Fall super. Findet auch nochmal den Link zu meinem Discord-Server in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr auf jeden Fall auch gerne vorbeischauen. Ich werde auf jeden Fall oder ich habe auch schon eine englische Version noch angefertigt für die Leute, die von euch vielleicht keine deutschen Zuschauer sind oder wenn ihr es vielleicht auch irgendwo nochmal weiter teilen möchtet. Hier habe ich auch nochmal die ganze Tabelle ins Englische übersetzt. Also dort könnt ihr auch gerne diese beiden Links weiterschicken, wohin auch immer. Es ist auf jeden Fall für beide Sprachen hier verfügbar, Deutsch und Englisch. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn wir hier gemeinsam einfach das Ganze aktualisieren würden. Also ich würde mich natürlich richtig über eure Hilfe hier freuen. Schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Dort seht ihr dann ja, welche Daten aktuell noch gesucht werden. Also zu allen roten Feldern, die wir jetzt hier noch in der Tabelle haben, habe ich aktuell noch keine Daten. Wenn ihr zu bestimmten Sachen neue Sachen wisst, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir auf Discord. Ich würde mich da wirklich freuen. Ich habe ja schon mal vor einigen Wochen ein Video gemacht, wo man ja eine generelle Übersicht hatte, welche Schiffe für welches Projekt quasi benötigt werden. Allerdings steht hier halt nicht dabei, welches Schiff quasi zwangsweise benötigt wird. Zum Beispiel bei den Premium Schiffen. Hier stehen einige Premium Schiffe dabei. Aber es ist halt gar nicht gewiss, dass man diese überhaupt braucht, um trotzdem maximale Geschwindigkeit zu haben. Und deshalb habe ich quasi diese Liste hier nochmal angefertigt, um das Ganze nochmal einfach klarer zu gestalten, übersichtlicher zu machen und quasi allen Leuten, die bei der Forschung vielleicht ein bisschen weiter hinten sind oder später anfangen oder wie auch immer, dort eine perfekte Übersicht zu bieten. Das war hier auf jeden Fall das Ziel. Ich habe jetzt hier auch nochmal die Liste offen mit den generellen Informationen. Die zwei Links kann ich auch gerne wieder in die Videobeschreibung hier auch nochmal reinstellen. Aber hier geht es auf jeden Fall darum, gemeinsam hier auf jeden Fall die Tabelle zu vervollständigen in den nächsten Wochen. Die roten Daten, wie gesagt, wollen wir natürlich so gut wie es geht alle weg haben, damit wir alle Informationen hier für die künftigen Spieler, die jetzt hier die Projekte angehen, auf jeden Fall zusammen haben. Und ja, das soll es auch mit dem Video gewesen sein. So ein kleines Tipps und Tricks oder Infovideo, so eine kleine Mischung aus beiden. Und ich hoffe natürlich, dass einige diese Liste hier sehr, sehr nützlich finden werden. Und das soll es auch für das Video gewesen sein. Lasst auf jeden Fall ein Like, dann ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr, wie gesagt, die ganzen Links, die ich hier quasi gerade bereitgestellt habe. Außerdem findet ihr dort natürlich auch nochmal meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Tretet gerne bei, schreibt gerne mal ein paar nette Nachrichten. Würde mich da auf jeden Fall freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns denn beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.